This is Hockey Muscle Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Folge von 12.30 World War II mit dem Chasten Hallo Hallo Und er hört diese unfassbare Motivation der Fallschirmmer Das Game macht einfach nur Spaß Ich kann mir das aber jetzt nicht vorstellen, dass es mich jetzt noch mehr anfangen wird Also da hatte ich gerade, ich hatte so null Bock mehr auf dieses Wix-Game Ginge überhaupt gar nichts Der hat nicht mal Gattenfights oder so, nur aus der Range Man bleibt doch, hier du Ja Auf wer hat er aimt? Nein Oh oh Neue Ja, raucht alles zu wie die Rüste Kill ihn doch Ja, was hier gerade los war das Ja Ja War richtig bekackend Ja, oder ist hässlich Jawohl Ja, oder ist hässlich Jawohl Werke weg kann die CD-Splatte nicht Riecht dir einfach schon 10 Kilometre Entfernung? Oh mein Gott Da drüben! Da drüben! Da drüben! Da drüben! Da drüben! Was? Muss mir eine Runde drehen hier Der ist verrücktet Ein Aufklärungsflug abgeschlossen Ich lade nach! LOL Das ist so schlecht Nein ich sterbe vor meinen fetten Streaks älter du fetter Bastard Bio Backst Gut gekämpft das war ein wichtiger Tag Genau heute kann kam dann die Nachricht von Das ich bisschen Pech gehabt hab denn Dann sollte die Information bekommen, dass nächste Woche, Freitag, ein Switch-Bandall mit Splatoon 2 und dem Pro-Controller kommt, den ich mir auch noch geholt habe. Weil das so ein bisschen unbequem ist zu spielen, finde ich. Komm, Alter. Was ist denn? Nein! Nein! Was? 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 Was war das? Alter, nur fette Leute, ne? Was? Wee. Da sind zwei hintereinander gewesen. Alter, nur fette Leute, ne? Ja, was heißt das? Und ich hatte sogar noch Glück, dass der eine, dass ich den einen gekillt habe, weil der hat da auch eine gelegt. Komm hoch jetzt hier! Alter, wie? Es geht immer zum Spaß. Jawohl, ich verbrenne von der Sprache. Jawohl! Ne, ich mag nicht mehr. Ja, du bist dumm. Ja, du bist dumm. Ja! Ja! Halt in der Ecke, er hockt in der Ecke. Hä, was ist denn das? Hä, da gibt's eine neue Granatdelta, das ist so ein, so ein Leuchten. Da gibt's noch gar nichts mehr. Ruhe. Ne, nicht gut. Jawohl, gesnackt. Na, ist es! Ah, schön. Es ist so schön. Jawohl, ist schon zum dritten. Er ist zum viermal mit der Schwot getötet worden. Mann, ich rass gleich so aus. Was? Ne, ich glaub den wir da. Alter, der schluckt. Der schluckt so hart. Alter, der ist nicht gestorben, dieser Wichs. Fressen-Kinder, Alter. Das gibt's doch nicht, ey. Wird schon viermal getötet und alles von der Feuerschrutt. Wird schon viele, dann ist es! Gleich mal. Wir kontrollieren das Schlachtfeld! Naja, da ist der Tod, Alter. Wollen wir jetzt aufheben und dann geht das in der Schrotladung. Geht das in der Schrotladung, geht durch seine Fresse, der Wichser. Ja. Nein, er hat ne Schrot. Dieses Huren-Pin-Split-Screen. Achmäsig. 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 Schieben sich wahrscheinlich gegenseitig die Penisse in den Arsch, Alter. Stimmt. Fühlst du das? Oh ja, oh ja, oh. Komm. Wor-hin geht denn er? Wohin geht denn er? So, komm jetzt warte ich so wie dir. So, was ist der Miner? Was ist der Miner? Na, wo ist denn der Kleiner? Wo ist denn der Kleiner? Nein, 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 nein! Klärungsflug abgeschlossen! Ich weiß nicht. Ich meine, die Schrotspiele aus dem Stolper fallen, Alter. Du musst einfach nur vorne pushen, nicht stehen bleiben. Es ist sehr schön, du musst sie einfach nur annehmen. Ich renne hier schon zum 12. Mal durch die ganze Map, Alter. Ja, er kriegt mich nicht wieder schrutt, jawoll! Und die Stolper fallen und ich entkomme sie, du Wichser, du Wichser! Die Stolper fallen und kommen. Was sagst du dazu? Alter, was ist denn hier los? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Hat er doch auch ne FB-SR? Was ist denn da los? 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 Spiel alle mit der Schrot, Alter. Und quitten dann auch noch. Was ist denn das für Pissfressen? Kleine Schwarzen Neger Kinder, Alter. Baumwolle pflicken in den Wichser. Komm doch her. Aufklärungsflug abgeschlossen! Aufklärung in der Luft! Nein! Aufklärung in der Luft! Wir haben voll. Die haben voll nicht aufbrennt. Die haben voll nicht aufbrennt! Auah! Prennt! Ist das immer die an's? Zu leben, in der Luft! Aufklärung in der Luft! Reden in der Lobby wegwittert nicht, natürlich der Schrottspieler gewittert nicht! Oh! Oh! Oh, leckt's. Es leckt. Was geht denn jetzt an? Es leckt! Keiner. Aufklärungsmaschine sucht das Ziel. Jawohl, mit Leckzeugen gekriegt. Aber richtig harten Lecks. Alter, was passiert hier? Was passiert hier? Ich hab 1 war, Alter. Ich hab 1 war. So schön. Ja, ist so schön, Alter. Es ist so schön. Vieh, Fliegerangriff nähert sich. Ja, ich mach jetzt auch zum Kills. Ja, kuck dir das an. Dann wird er wieder assistet, Mann. Und ich verbrenne und er nicht. Okay, jetzt hab ich auf. Genau. Jetzt geht's ab. Weg. Irgendwer fetter blockiert mich, Alter. Oder? Ich verbrenne. Ich verbrenne schon wieder mit ner Schrot. Krass, der ist ab. Ich hab' schon so anguckt. Du kriegst ihn nicht down, Alter. Du kriegst ihn nicht down. Du kriegst ihn nicht down. Wie kann man sich das nehmen? Der hat nur einen Skleizen erwohnt. Der Ruhrenkind. Nee, Alter. Das ist der Schwarz. Was ist das denn? Nee, das ist meine Lebensaufgabe, den nicht zu töten. Und seine Schritte aufzuhebeln zu den Arschlussstrecken. Oh, ey. Alter, Schwede, ich musste ja nicht so eskalieren. Boah. Du kriegst ihn nicht. Keine Chance. Das macht der Nuklear. Das macht der Nuklear. Ich hab ihn, Alter. Ich hab ihn. Alter. Ich spuck schon so rum, dass es nicht mehr dabei ist. Nee, der kriegt mich. Alter, wenn der mich jetzt holt. Boah, Alter. Hörst du nicht, Mann? Du bist der Reicher da weg. Wo ist der Typ, Alter? Wo ist der Typ? Viel Spaß hier im Floor zu spielen. Ich bin nicht wieder im Floor, ey. Das ist doch einfach nur traurig. Ich hock da oben. Jetzt hock da oben. Komm. Ja. Und der nächste. Jawoll. Guck dir den an, Alter. Ich hab so'n Grinsen im Gesicht. Das ist nicht mehr normal. Das befriedigt mich grad. Aufklärung in der Luft. Das servest du, Alter. Jürgen, geh den mir auf den Sack, Alter. Oh. Boah. Warte, jetzt sind beide. Jetzt kämpft ein Bader bei der Treppe. Wie muss denn hier los? Alter, jetzt hätte der den jetzt geslackt, ne? Boah. Na, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tja. Tja.